Ganz weit oben im Norden, wo Schneeflogen wehen, da ist vor Jahren ein Märchen geschehen, mitten im Winterwald, als es weihnachtlich still war und kalt. Rudolf, das kleine Rentier mit der roten Nase dran, das war ein wenig anders, als die anderen Tiere waren. Und alle Leute lachten, Rudolf, sag, wie siehst du aus? Mit dieser glimmern Nase bleibst du besser gleich zu Haus. Aber als Santa klopft, er sprach, Rudolf, zieh mit mir. Schnippst die rote Nase an, dann wird mein Schlitten sicher fahren. Und alle Tiere riefen, Rudolf, du bist unzerheilt und deine rote Nase ist die beste auf der Welt. Und alle Tiere riefen, wie siehst du aus?